Machen wir mal wieder die Chemtrail-Vorhersage für Sonntag, den 3.7. Ich sage mal, ist schon eine Menge geflogen worden. Aber es wird noch mehr. Ich sage mal, es wird noch mehr. Das Waschbrett zieht gerade ab. Da ist noch einer der letzten Streifen. Sieh dort einen freundlichen Schatten auf das Waschbrett werfen. Nun gut, dann lassen wir das mal kommen. Einen Mond hatten wir da noch. Naja, ein bisschen hinter Schleim halt. Das war's für heute. Vielen Dank.